Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen heute ein ganz besonderes Mini-ITX-Gehäuse vorstellen, und zwar das Phanteks Evolve Shift XT. Dieses Gehäuse hat ein regelrechter Formwandler, man kann es nämlich in drei Schritten in der Höhe wachsen lassen. Vor uns steht jetzt ein silberfarbenes Test-Sample. Alternativ gibt es das Gehäuse aber auch in schwarz. Bei beiden Varianten haben wir äußerlich vor allem Aluminium, das dann ein Innengerüst aus Stahl umhüllt. Und wir haben auch ein bisschen Glas, davon sieht man auch noch nicht sehr viel, weil wir das Gehäuse hier gerade in der Kompaktkonfiguration haben, die eben besonders platzsparend sein soll. Zum Größenvergleich mal ein 140-Millimeter-Lüfter da vorgestellt. Der, oder Gehang, der macht, finde ich, doch sehr klar deutlich, das ist ein Gehäuse mit ziemlich geringer Breite und in der Kompaktkonfiguration auch ziemlich geringer Höhe. Bleibt aber eine Dimension übrig und die ist dann, ja, zumindest erstmal ein bisschen überraschend, und zwar die Gehäusetiefe. Die ist ziemlich beachtlich. Das Ganze hat dann fast in dieser Kompaktkonfiguration so einen röhrenartigen Charakter. Also doch irgendwie so aus meiner Sicht ein bisschen ungewöhnliche Dimensionen hier. Sowohl an den beiden Seiten als auch am Deckel haben wir eine ganze Menge an großzügigen Luftschlitzen. Die Luftzirkulation sollte hier also gewährleistet sein. Wenn wir uns die Front und die Rückwand anschauen, gibt es da aber keinerlei Lüfterplätze und die Front ist auch, ja, ziemlich geschlossen gestaltet worden. Hier noch ganz interessant, auf den ersten Blick fallen keine Anschlüsse auf. Weder an der Front noch irgendwo an den Seiten. Das heißt, die müssen sich irgendwo verstecken. Und das, ja, Rätsel lässt sich lösen, wenn wir dann die untere Frontplatte nach oben schieben. Dahinter sehen wir dann nämlich einmal USB Typ C, einmal USB 3.0 und zwei Tasten für die Steuerung des Beleuchtungssystems. Eine Reset-Taste gibt es nicht. Und die Power-Taste, ja, die hat man noch ein bisschen unscheinbarer integriert. Das ist hier dieser silberfarbene Bereich knapp unterhalb des Alu-Elements. Da haben wir also eine Kunststoff-Taste, auch in Silber, die dann als Power-Taste dient. Wenn ich jetzt hier das hoch und runter schiebe, habe ich natürlich das Problem, dass ich mitunter dabei versehentlich auf diese Taste komme und das System dann unter Umständen mal an- und ausschalte. Wenn ich es gar nicht will, da muss man ein bisschen mitdenken. Generell aber sehr elegant mit dieser Schiebelösung hier umgesetzt. Auch das obere Alu-Element ist in gewisser Weise flexibel. Das lässt sich zwar nicht schieben, aber einfach abziehen. Und dahinter sehen wir dann eine Frontglas-Scheibe mit integrierter ARGB-Beleuchtung und Unendlichkeitseffekt, die ja dann noch so ein bisschen kleines optisches Schmankerl sein soll. Auch funktional ist dieser Bereich aber sehr spannend, weil hier ein wesentliches Element für diese Höhenverstellung verboren ist. Und zwar sehen wir hier diese beiden Schiebeschalter. Die sichern den Deckel auf dem Gehäuse, beziehungsweise die Deckelschale. Und wenn wir die jetzt nach innen drücken, können wir diese Deckelschale einfach ein kleines Stück nach vor ziehen und dann nach oben abheben. So richtig zugänglich ist der Innenraum jetzt noch nicht. Deswegen kann man auch die untere Aluschale demontieren. Dazu wird einfach hier eine Rändelschraube an der Rückwand gelöst, die Gehäusekammer ein Stück nach vorne geschoben und aus dieser Aluschale hinausgehoben. Jetzt haben wir im Prinzip diese drei großen Bauteile, die beiden Aluminiumschalen und die Stahlinnenkammer. Wir sehen nochmal an den Alu-Elementen, dass hier die Materialstärke ja doch ziemlich beachtlich ist. Phanteks hat hier also nicht gespart und das zog dann natürlich schon mal für, ja, haptisch doch einen ziemlichen Premium-Eindruck. Was wir jetzt hier sehen, das sind, ja, Stahlgitter, Meshgitter, die seitlich als Staubfilter und als Lufteinlass praktisch dienen und die lassen sich genauso auch unkompliziert entfernen. Dann kann sie mich einfach dann nach oben rausziehen. Um den Innenraum noch etwas besser zugänglich zu machen, kann man auch den Deckel abnehmen. Dafür müssen einfach hinten zwei Schrauben gelöst werden und anschließend lässt sich dieser Deckel, ja, erstmal elegant nach vorn klappen oder aber auch komplett abnehmen. Wir sehen, dieser Stahldeckel ist dann gleichzeitig die einzige Lüfter- und Radiatorenblende vom Gehäuse. Hier ist Platz für zwei 120er oder 140er Lüfter beziehungsweise auch für einen 240 mm Radiator. Wenn wir das Ganze aber nochmal ansetzen, dann sehen wir, okay, die können nicht in den Innenraum reinragen, die müssen wirklich obendrauf montiert werden und das geht dann wiederum nur, wenn man das Gehäuse in der Höhe wachsen lässt. Der Innenraum, der zeigt sich jetzt, ja, richtig getränkt, ist also sehr, sehr effektiv hier ausgereizt und das führt wiederum dazu, dass wir zum einen die Komponenten sehr gut aussuchen müssen und dass zum anderen die Montage und die Verkabelung doch etwas herausfordernder wird. Netzteil geht maximal im SFX-L-Format, möglichst kurz, damit die Kabel hier nicht zu sehr in den vorderen Lüfterplatz reindrücken. Beim Prozessorkühler dann ganz klar als Luftkühler maximal ein flaches Top-Blow-Modell und auch da ist es so, dass hier zum Beispiel dieses Noctua-Modell schon recht nah ans Limit kommt, also auch ganz klare Einschränkungen bei der Kühlerwahl. Etwas großzügiger ist es dann bei der Grafikkarte. Hier findet nämlich sogar ein Triple-Slot-Modell Platz und wir haben eine Maximallänge von knapp über 32 cm. Das reicht durchaus auch für viele High-End-Modelle ganz gut aus. Wir sehen hier, unsere wuchtigere Aorus-Grafikkarte findet beispielsweise ausreichend Platz. Wichtig aber, möglichst nicht zu breit, weil man sonst auch da wieder Probleme mit dem vorderen Lüfterplatz bekommen kann, vor allem wenn die PCIE-Stromkabel hier so nach oben reinragen und dann von unten in den Lüfter drücken. Ganz klar eingeschränkt ist man auch dann im Storage-Bereich. Das Gehäuse bietet nur einen einzelnen Laufwerksplatz und den auch nur für ein 2,5-Zoll-Laufwerk. Der Platz befindet sich hier unterhalb der Grafikkarte. Da gibt es einen Laufwerksträger mit Gummipuffern. Man montiert einfach das Laufwerk an diesen Träger und schiebt dann die Gummipuffer wieder an ihren Platz. Wie gesagt, Montage und Kabelmanagement sind aufgrund der Platzverhältnisse generell ein bisschen herausfordernd. Am störendsten empfanden wir aber tatsächlich hier das Anschließen vom Riser-Kabel. Bei so einem Zwei-Kammer-Aufbau mit getrennter Mainboard und Grafikkarte braucht man natürlich ein Riser-Kabel, um die Verbindung herzustellen. Dieses PCI Gen 4 Riser-Kabel gehört beim Gehäuse auch direkt zum Lieferumfang, was erstmal schön ist, aber es ist relativ störisch. Wir hatten das Problem, wir konnten das hier mit Mühe auf der einen Seite runterdrücken und arretieren, dann schnallte die andere aber wieder aus dem Slot raus. Es war also erstmal nicht möglich, das Riser-Kabel komplett sozusagen da anzuschließen. Und es gibt im Lieferumfang eine Klammer, mit der man das Riser-Kabel auf der Seite dann am Mainboard fixieren kann. Aber auch die, die sich ja erstmal nicht montieren, muss man wirklich mit viel Kraft dann auf beiden Seiten stark reindrücken und dann irgendwie noch diese Klammer befestigen. Aus meiner Sicht nervig, ich habe da ein paar Minuten lang dran rumgewirscht und durchaus auch ein bisschen Angst ums Testsystem gehabt. Ich denke, das könnte man vielleicht nochmal ein bisschen nutzerfreundlicher lösen. Beim genügsamen System kann man sicherlich auf die Gehäuse-Lüfter verzichten. Sobald das Ganze ein bisschen hitziger wird, empfiehlt es sich dann aber schon, entweder in die Konfiguration mit Deckellüftern oder aber auch in die Konfiguration mit Radiator zu wechseln und damit dann eben auch die Gehäusehöhe anzupassen. Vorher nochmal kurz hier der Blick auf das Kabelproblem bei unserem System. Ja, wenn wir den Lüfter hier vorne aufsetzen würden, würde diese Kabel ganz klar den Lüfterrotor blockieren. Könnte versuchen, das Ganze noch ein bisschen zu fixieren oder aber mit einem Lüftergitter zu arbeiten. Gerade bei größeren Netzteilen, längeren Netzteilen und breiten Grafikkarten. Aber wie gesagt, eine Sache, die ein bisschen problematisch werden kann. Einfacher ist es dann natürlich, wenn man einfach nur den hinteren Lüfterplatz benutzt. Da haben wir dieses Problem jetzt so nicht. Wenn ich jetzt den Lüfter hier liegen habe, passt das natürlich mit dieser Aluschale in der Kompaktkonfiguration nicht mehr. Da muss ich das Ganze anpassen und das mache ich, indem ich hier vorne einfach diese beiden Schrauben auf beiden Seiten löse und in eine der beiden anderen Positionen versetze. Die mittlere Position ist dafür ausgelegt, Deckellüfter zu nutzen und die untere Position, die den Deckel dann besonders weit nach oben hebt, die kann ich nutzen, wenn ich eine All-in-One-Kühlung mit Radiator verbauen will. Also nur diese beiden Schrauben versetzen und allein dadurch sitzt das vorne hin, ja höher auf und hinten haben wir dann diese Kunststoffeinsätze in zwei Größen. Einmal für die Lüfter, einmal für den Radiator, die dann eben auch das Ganze hinten auf die entsprechende Höhe bringen. Wir haben die Schrauben nun in die unterste Position versetzt und das Gehäuse damit maximal wachsen lassen auf die Konfiguration für All-in-One-Kühlung. Man sieht schön, dass sich dann die Gehäusedimensionen doch sehr verändern aus dieser langgezogenen Röhre. Ja, es ist ein Gehäuse geworden, das durchaus auch ein bisschen in die Höhe ragt. Und wir sehen auch schön, dass es jetzt hier unter der Oberhaube sozusagen ordentlich Platz gibt, um da typische All-in-One-Radiatoren verbauen zu können. Hinten auch der Lüfter, den haben wir gleich drin gelassen, dass man so ein bisschen die Dimension vielleicht erahnen kann. In der Rückwand ist es dann so, dass einfach eben dieses Kunststoffelement die nach oben verlängert und damit durchaus auch das dann so einen geschlossenen Einbruch macht. Und an den Seiten sehen wir einfach, okay, dann ist halt mehr vom Mesh zu sehen, aber optisch funktioniert das harmonisch und wirkt eigentlich genauso überzeugend und stimmig wie auch in den anderen Konfigurationen. Die Alu-Abdeckung lässt sich hier wieder einfach magnetisch ansetzen und damit dann also auch da das geschlossene Bild. So ist es natürlich so, dass wir von dieser Frontglas-Scheibe und von der Unendlichkeits-ARGB-Beleuchtung dahinter deutlich mehr zu sehen bekommen. Also das wirkt sich dann eben durchaus auch optisch aus, je nachdem, welche Höhenstufe ich mir halt wünsche. Im Handel wird das Phanteks Evolve Shift XT aktuell für rund 150 Euro angeboten. Das kann man für ein kleines Mini-ITX-Gehäuse vielleicht teuer finden, ist aber mit Blick auf das Gebotene in meinen Augen allemal angemessen. Wir haben hier äußerlich hochwertiges Aluminium-ARGB-Beleuchtung gleich integriert, auch mit der Steuerungsmöglichkeit am Gehäuse. Wir haben das Reiser-Kabel inklusive, das ja sonst doch auch ein paar Euro kostet, wenn man es separat kauft. Und wir haben vor allem eben auch diese innovative Lösung mit der dreistufigen Höhenverstellbarkeit, die so ganz klar an der Premiere in diesem Marktsegment ist und die auch in meinen Augen absolut praktikabel umgesetzt wurde. Natürlich ändert sich die Stellfläche des Gehäuses nicht, es wächst ja ausschließlich in der Höhe, das heißt der reine Platzbedarf zum Aufstellen ist erstmal gleich. Aber das Gehäuse wirkt dann doch ganz anders, wenn man es in der Kompaktkonfiguration hat oder aber eben jetzt zum Beispiel in dieser All-in-One-Konfiguration. Das macht also schon einen Unterschied aus und ist einfach technisch natürlich spannend und überzeugend umgesetzt. Im Innenraum fand ich es zum Teil ein bisschen beengt und vielleicht auch ein bisschen unflexibel, aber wenn man sich auf die Möglichkeiten einlässt, die das Gehäuse bietet, kann man da allemal ein leistungsstarkes High-End-Gaming-System unterbringen und hat dann durch diese Höhenverstellung auch die Möglichkeit, die Kühlung entsprechend anzupassen. Allemal ein innovatives, hochwertiges Gehäuse mit einem ganz eigenständigen Look, das also richtig attraktiv wirkt und den Markt ganz klar bereichern kann. Den ausführlichen Test auch mit Messungen und dem finalen Fazit, den werden wir natürlich in gewohnter Form dann auf hardwarelux.de veröffentlichen.